Moinsinn! Du hast also Interesse an Simracing und du weißt vor lauter Informationen nicht, was du machen sollst? Ich versuche dir ein bisschen zu helfen. Ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei und fahre schon ziemlich viel. Ich habe 2000 Stunden ungefähr in ACC, Assetto Corsa Competizione, und auch die ein oder andere Stunde in iRacing und auch hier und da mal in einem anderen Spiel reingeschnüffelt und habe auch mittlerweile schon eine Menge Hardware ausprobiert und ich möchte dir dort ein bisschen eine Perspektive geben, dass du nicht im Böhmischen Wald stehst und weißt, wo du nicht hin sollst. Der Einstieg ist meistens so, dass sich Menschen denken, dass das schweineteuer ist, weil es Möglichkeiten gibt, in solchen Rigs zu fahren und jeder denkt, dass er sowas gleich von Anfang an braucht. Dem ist aber gar nicht so. Es gibt super viele schnelle Fahrer da draußen, die auch relativ bekannt sind, die immer noch in einem Gartenstuhl sitzen und fahren oder an einem Schreibtisch sitzen und fahren, keine unfassbar teuren Lenkräder haben und immer noch eine Menge Spaß daran haben. Denn bei Simracing kommt es nicht unbedingt auf die Hardware an. Im kleinen Bereich, ganz oben, wo es so um ganz kleine Sekunden geht. Da macht das vielleicht noch einen Unterschied und da hilft das auch ein bisschen, weil du im Grunde genommen mit der Hardware Immersion kaufst. Das heißt, es fühlt sich irgendwann realer an. Fahren kannst du dennoch. Also musst du dir nicht am Anfang einen Wheelbase Bundle für 2.000 Euro kaufen, dir einen Rennsitz kaufen, einen Schalensitz, also einen Schalensitz, irgendwelche unfassbar tollen Pedaleriesätze mit Hydraulik, drei Bildschirme und den ganzen kleinen Radatsch. Ich zum Beispiel habe angefangen in 2015, ich habe das da zu der Zeit noch nicht weiter verfolgt, habe ich angefangen mit einem G920 von Logitech. Davon würde ich persönlich euch abraten, weil die Technologie in der Wheelbase ist schon relativ alt. Das heißt, dort drin ist an der, ich sag mal an der Achse, sind Zahnräder, die ineinander greifen und dir damit das Force-Feedback emulieren. Was dazu führt, dass es wirklich sehr, sehr ruckelig ist und sich nicht wirklich schön anfühlt. Wenn es jetzt nun also darum geht, dass du anfängst, könntest du beispielsweise dir von Thrustmaster, könntest du dir eine Wheelbase kaufen und zwar die T300 und dazu gibt es bei Thrustmaster oder auch in anderen Shops sehr gute Deals. So kostet das T300RS beispielsweise 379,99 Euro mit zwei Pedalen. Damit hast du nicht die geilsten Pedalen auf dem Planeten, du hast nicht das geilste Lenkrad auf dem Planeten, aber du kannst damit erstmal fahren und hast vernünftiges Force-Feedback. Du hast dort einen Riemenantrieb, das heißt, das Force-Feedback, was dir mitgegeben wird, ist schon sehr weich und wird auch sehr gut emuliert. Bei Thrustmaster gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten, die man beachten sollte. Man sollte das Force-Feedback nicht zu hoch drehen, also so bei 80 Prozent, sagt man, ist so der Sweet Spot, weil die Wheelbase dann irgendwann ein paar Schwierigkeiten kriegen kann und man sollte auch darauf achten. Das findet aber man, findet man bei Thrustmaster im Hilfebereich, dass man den Lüfter der Wheelbase auf volle Pulle stellt, dass das gut gelüftet wird, weil es gibt ein, zwei Montagsmodelle, ein, zwei mehr vielleicht, wo auch die Elektrik da drin mal leidet. Ich hatte leider zwei Stück davon. Es gibt aber auch ganz viele Menschen auf der anderen Seite, die diese Probleme nicht hatten. Wenn du später vielleicht nochmal so ein ganz kleines Upgrade machen möchtest, könntest du dir eine Load-Cell-Pedale holen. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, was ist denn eine Load-Cell-Pedale? Also eine normale Pedale funktioniert mit einem Potentiometer. Das bedeutet, je weiter du drückst, desto mehr ist die Bremsleistung. Das bedeutet, du hast meistens ein Gummi vor der Pedale, wenn du dort drauf drückst, dann wird die Bremsung sozusagen emuliert mit dem Weg. Wenn du jetzt in die Load-Cell-Pedale reingehst, dann geht's dort um Druck. Das heißt, wenn ich beispielsweise in meine Bremse drücke, dann geht's um Druck und nicht um Weg. Das heißt also, fürs spätere Fahren wäre es für dich besser, den Druck umzusetzen als den Weg. Das hat den folgenden Vorteil, dein Körper kann sich besser merken, wie doll er da drauf drücken muss. Das ist aber mehr oder weniger Zukunftsmusik, wenn du später mal weitergucken möchtest. Wenn du also dich später dafür interessierst, könntest du dir beispielsweise von Thrustmaster auch eine Load-Cell-Pedale kaufen für 249 Euro. Es gibt super, super viele andere Anbieter, wo du dir auch gewisse Bundles noch zulegen kannst und auch andere Wheelbases. Ich persönlich habe die Devise, wenn ich ein Produkt ausprobiert habe, kann ich dazu was sagen. Wenn ich das Produkt noch nicht ausprobiert habe, kann ich dir keine Kaufempfehlung geben. Was ich dir aber empfehlen kann, wenn du dir jetzt später von beispielsweise, ich sitze an einem Schreibtisch und habe mir einen T300 gekauft, habe mir vielleicht ein Ersatz-Wheel gekauft, warum man sich übrigens auch einen T300 kaufen sollte. Das ist ein Vorteil. Man kann dort die Lenkräder wechseln. Dafür gibt es ein paar Adapter. Du kannst dir aber auch hauseigene von Thrustmaster kaufen. Das heißt, wenn du irgendwann kein rundes Lenkrad mehr fahren möchtest, sondern so wie jetzt bei mir in dem Fall hier, ich nenne es mal jetzt GT-Wheel, weil es halt glatt ist und den oberen und unteren Ring nicht hat, hättest du die Möglichkeit, das Ganze auch bei Thrustmaster zu machen, was ein weiterer Vorteil wäre gegenüber einem Logitech-Lenkrad. Thrustmaster per se kann man auch am Tisch fahren. Da ist nicht so viel Leistung, dass dir irgendwie der Tisch kaputt geht. Man sollte es eventuell nicht an einem Glastisch machen, weil ich weiß nicht genau, wie gut der Glastisch damit klarkommt, aber an einem normalen Schreibtisch mit deinem Monitor, den du schon hast, könntest du das machen und das funktioniert auch mit deinem Stuhl. Um erstmal reinzuschnuppern, kannst du das dir holen. Dann wäre eventuell für dich auch eine Option, dir einen Rahmen zu bauen. Du könntest beispielsweise dir auch einen ganz einfachen Holzrahmen holen. Dafür holst du dir ein paar Dachlatten aus dem Baumarkt und dann kannst du dir die zusägen und machst dir quasi so ein Gestell, wo du deinen Stuhl reinstellen kannst, dass wenn du in die Bremse drückst, du nicht zurückrollen kannst und wenn du dich vielleicht mal nach vorne beugst, nicht nach vorne beugen kannst. Ein weiterer Vorteil ist, wenn du dir unter deinen Stuhl beispielsweise so ein Gestell setzt, hättest du auch die Möglichkeit, deine Pedale da reinzustecken. Und das heißt, wenn du auf die Bremse drückst, drückst du dich sowohl nach hinten in den Sitz rein und dort kann erstmal so per se nichts passieren, als auch die Pedale, die nicht weiter wegrutschen. Wenn du es richtig fancy haben möchtest, könntest du beispielsweise auch die Pedale mit einer Querstrebe oben drüber festschrauben und dann hast du deine Pedale auch gleichzeitig fest, dass wenn du drauf drückst, dass sie sich nicht anheben können. Und so gibt es ganz, ganz viele kleine Nuancen, die dir am Anfang helfen werden, dort reinzukommen. Und ich verstehe, wenn man das zum ersten Mal sieht und man geht beispielsweise bei einem Content Creator gucken und der hat ein riesiges Setup da stehen, dass man davon gleich erstmal ein bisschen eingeschüchtert wird und man sich sagt, ich möchte nicht mehrere tausend Euro ausgeben. Wenn du nur als Idee, ich gebe euch nur Ideen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, du möchtest dir irgendwann mal einen Rig bauen, kannst du dir ganz viele Bausätze, die es im Internet gibt, wo es ganz viele pfiffige Menschen gibt, die euch die Teile dort aufgelistet haben. Unter anderem findest du die auch bei uns im Discord. Da kannst du in den Channel für das Racing gehen und dort haben auch einige Leute schon so angefangen zu bauen, dass sie dort eine Teilliste haben und du kannst sie dir bei dem, sage ich mal, Aluprofile-Hersteller deines Vertrauens, kannst du das machen und dir dort deine Teile kaufen und das zusammenbauen. Da kannst du beispielsweise auch sparen, indem du dir nicht ein FIA-zertifiziert, dass du einen FIA-zertifizierten Schalensitz holst, sondern kannst du auch einfach vom Schrottplatz einen Sitz holen für 30 Euro. Bei uns in der Community ist zum Beispiel jemand, der fährt mit einem, ich glaube, Beifahrersitz vom Audi A3 und das funktioniert wunderbar, weil die Sitzannahme, die ist dieselbe wie in einem Auto und wenn sie nicht genau dieselbe ist, gibt es dafür auch Adapter. Falls du beispielsweise ein superpfiffiges Kerlchen beim Schweißen bist und du hast noch ein paar Sachen bei dir in der Garage liegen, kannst du dir auch einen Trick zusammenschweißen. Das funktioniert auch. Und bezüglich der Monitore im Laufe dieser Serie hier werde ich auch nochmal erklären, wie man den Bildschirm dazu einstellt. Es reicht auch dein einfacher Bildschirm auf dem Desktop. Du brauchst nicht gleich drei Bildschirme für zigtausende Euro, es reicht dein einer Bildschirm, den du auf dem Desktop hast und damit kannst du auch fahren. Es ist am Anfang, muss man dazu sagen, sowieso erstmal sinnvoller, sich so einzufahren, weil es nämlich darum geht, dass du das Auto kennenlernst und Hardware wird dir nicht viel helfen. Hardware und der ganze Kladderadatsch, den man sich dazu holen, ist im Grunde genommen einfach nur Immersion, dass du dich fühlst, als wenn du in einem Auto fährst. Wenn wir jetzt mal über Upgrades sprechen. Also ich persönlich habe mir irgendwann mal so einen Upgrade-Leitfaden zusammengebaut, der aber schon relativ veraltet ist von letztes Jahr und dafür gibt es noch sehr viele Anlaufstellen, wo du dich umgucken kannst, wo es auch andere, sage ich mal, Komponenten gibt. Als Tipp möchte ich dir da empfehlen, Simracing Garage, den Channel packe ich dir unten rein, als auch zum Beispiel Dan Suzuki. Wenn ich Fragen zu Produkten habe, gucke ich mir das dort an, weil sie dort sehr detailliert erklärt sind. Wenn es nach mir geht und meinem Faden, würde ich mit einem Thrustmaster T300 anfangen. Die gibt es ab und an, hier und da mal für einen schmalen Thaler und einen guten Deal. Danach würde ich beispielsweise meine Pedale austauschen. Ich würde dann in dem Moment auf die Häuslingwelt Sprint zurückgreifen, weil ich bin die, ganz am Anfang bin ich die gefahren und ich fand sie, ich persönlich fand sie sehr, sehr gut und sie haben eine sehr gute, sage ich mal, Arbeit geleistet für die Zeit, die ich sie gefahren bin. Das waren circa anderthalb Jahre und sie haben wirklich Top-Leistungen geliefert und das ist im Doppelpack bis zu da ungefähr bei 550 Euro. Das ist viel Geld, ich weiß, dafür kriegt man aber auch ordentliche Qualität. Mittlerweile, muss ich dazu sagen, gibt es sehr viele Alternativen. Diese Alternativen habe ich hier noch nicht dran gebaut und meine Devise ist es halt wirklich, wenn ich ein Produkt nicht getestet habe, kann ich es nicht empfehlen. Die Häuslingwelt hatte ich dran, die fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut. Jetzt wird wahrscheinlich bei dem einen oder anderen schon mal der Name Fanatec aufgepoppt sein. Ich persönlich habe mit Fanatec nicht wirklich sehr gute Erfahrungen gesammelt und war immer relativ unzufrieden damit. Das heißt, ich persönlich möchte euch diese Produkte nicht empfehlen. Es gibt genug Menschen da draußen, die keine Montagsmodelle hatten und bei denen lief das einwandfrei. Für mich ist es aber der Punkt, wo ich sage, ich habe damit Schwierigkeiten gehabt, müsst ihr mal dann diesbezüglich jemand anderes konsultieren. Wenn ich jetzt meine Wheelbase wechseln würde oder wollen würde, würde ich aktuell sagen, eine SimoCube 2 Pro. Das ist eine sehr gute Wahl. Die fahre ich jetzt auch circa schon ein Jahr. Die ist hier vorne dran. Sie leistet wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Es gibt sehr, sehr viele schöne Wheels dafür. Ist unglaublich gut verarbeitet und macht einen soliden Dienst. Die kostet dann nachher schon ein bisschen mehr. Das ist aber alles, und das möchte ich extra am Ende noch mal sagen, nicht relevant, um mein Simracing Spaß zu haben. Ich möchte extra noch mal betonen, ein Dennis Schöninger, sehr schneller Fahrer, kenne ich schon ein paar Jahre, sehr, sehr talentierter junger Fahrer, ist an einem Schreibtisch gefahren mit einem Logitech und hat Zeiten hingeballert, die, ja, träume ich heute noch von. Bin ich immer noch nicht angekommen. Also lasst euch davon bitte nicht ärgern oder lasst euch nicht verwirren davon. Ich werde euch die beiden Kanäle von Dan Suzuki als auch Simracing Garage, werde ich euch unten in die Videobeschreibung machen, falls ihr euch auch noch andere Produkte ansehen möchtet. Es gibt von mir keine Revlinks. Ich möchte euch nur eine Perspektive geben. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, könnt ihr super gerne zu mir in den Stream vorbeikommen und dort Fragen stellen. Oder ihr geht bei uns im Discord, ins Discord, in den Racing-Bereich und dort könnt ihr auch eure Fragen stellen. Habt keine Angst, kommt rein, habt Spaß mit uns. Wir freuen uns über jeden Neuen, der dazukommt, der den virtuellen Motorsport frönt. Also wir sehen uns auf der Rennstrecke. Lasst es euch gut gehen. Denkt an das Abo, denkt an die Glocke, denkt an den Kommentar und ihr dürft ihr auch gerne ein Däumchen geben. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao, Kakao.